geht es los meine damen und herren das ist die frage vom atmen und die klären präsentiert von seidenbarer jetzt mit kontinuierter vorhaut wenn sie morgen sagen mit kein sex den merken noch größer als ein nano-penis ein frustrierter eingeständnisse von acht nein wir ohne durchflutscht die sacknase ja der logger leichte henne unser bestes vorwärts von immer gewesen er jetzt aber also das war kein boost er wird jetzt echt zeit genug gelassen boost zu holen sorry hände die dann halt nicht weiß wenn du nicht willst muss ja nicht zwing dich doch keiner fack oh man da lege ich mir mit eis so schön vor und habe da zu viel power drin ja okay rumpel in der dschungel links rechts steuersitzung des ist aber von richtung her ja der war very happy das klappt aber so ich habe viel erlebt aber das das kommt mir nicht noch immer vor hier ein mikropenis neuer programm mikropenis nicht als noch ja ja sehr gut sehr stark ja das wird mich erärgern da bin ich mir grad wieder mein sprachteraktiv zu haben und es ist einfach so ganz voll stark das wird mich ärgern gehst du denn hin ja der ball ist in deutschland oh nein ja fuck nein der hat noch einen geflogen da oben ja Spikes sind halt echt schwierig zu halten dass wir das jetzt zweimal blockieren konnten war schon nicht schlecht ja viel Spikes da gell ich finde das war eine gute Aktion ja nein ich häng schief am ball das gibts doch nicht sag mal wie oft haben die denn Spikes neuer neuer arbeit 진 ach nicht dann wendig ganz wien alle beim halt dann dann Gute Richtung! Ja! Nein! Wäre der geil gewesen! Ich fasse den Spitz auf den. Mal hat es noch nicht gesehen. Es gab nicht gefährlich. Da lang! Au! Ja, Manni! Es raucht noch! Ich schaff's aus! Nein! Wir haben auch ein Schweine. Vorsicht, da ist wieder einer mit Spikes unterwegs. Ja, gell. Gut. Jawoll, geht doch. Komm, komm, komm. Ich bin wie ein Nekopenis. Das tut alles weh. Wieso? Ja, er hat so ein bisschen Bauchschmerzen irgendwie gerade. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Wir konnten auch echt nicht aufhören. Sonst ist mir irgendwie der Gezelligkeit eingefallen. Die Kleinigkeit! Während Kechi nebendran ihre paar wenigen Kommentare vollkommen emotionslos wirken. Ja, irgendwann fassen wir das dann auch lustig genug. Ja, irgendwann fassen wir das dann auch lustig genug. Und dann haben wir gewusst, aber... Ah, das gibt's doch nicht. Da pinöbelt er im gleichen Moment, ey. Auch schon! Ja! Ja, sehr nice. Ein Torrückstand. Jetzt sind wir wieder da. Jetzt läuft's wieder. Wir sind wieder drin. Der Atmer, der kommt's. Der Stecken ganz zärtig hinten rein. Ja. Klein aber fallen. So muss das sein. Nein! Vor lange! Ah, schade. Nein! Ja, dadurch, dass der Gegner den nicht erwischt hatte, war der für mich irgendwie nur ganz schwer zu kriegen. Einer mit! Nein! Ja! Danke! Den sind dort. Den sind. Der Boxhandschuh lässt ja irgendwie so dermaßen spät erst aus. Also der muss so verdammt nah dran sein, meine ich. Das ist... Achso. Gah! 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 Gedreht! Gut! Nice! Das klappt hier! Das klappt hier! Was? Eine kleine Ballberührung reicht dann auch mal. Mhm. Kleine aber okay. Man sah ihn nicht kommen! Doktor Schaffner! Er sah es als ein kleines Problem! Die wirbeln nochmal alles durcheinander! Nein, falsche Richtung! Alles gut! Oh, schön vor der Nase weggepokst! Oh, Errungenschaft! Zusammen sind wir Stark und Partylöfe! Das ist die Portsch, Alter! Was? Geht nochmal, oder? Ist das alles im Hauptmenü, oder was? Nee, gut. Nö, geht direkt weiter. Ja? Ja, klar. Ich hab eben verlassen in Sitzung. Oh, Falafel! Wir brauchen nur den Speed, und dann? Falafel in Sitzung! Oh, Falafel wär's toll. Aber im Kleinen! Mikro Falafel! Da wird man jetzt satt von. Immer schön zu wissen, dass man sich auf dich Falafel kann. Tito! Tito! Oh! Oh, Epic Falafel! Ach ja, wir rumblen ja, hab ich ganz vergessen. Ja. Was war das denn krass? Vom Penis. Da kann er halt nicht lauter. Ah! Mein Penis ist ein... Nein! Danke! Bitte, mein schönes Boxhandschuh verbraten! Ein Crumple Trump! Ein Strumpel Trump! Das ist sowas wie ein Wackelelvis. Ein Strumpel Trump! Gibt's Wackelköpfe von Donald Trump? Ich frag für den Freund! Ja! Hat er Winkl, du! Hat schon gedacht, dass er stehen so kriegt! Danke, das hätte man gern! Nein! Darf ich doch direkt aus Freude mein Wirpli, Wirpli gestartet danach! Ja! Du geiler, harter, winkliger! Oh! Scheiße! Ja! Ja! Schade! Ja! Es war ein Pick! Auf das Leckchen! Das Leckchen! Das Leckchen! Nein! Scheiße! Das Leckchen! Das Leckchen! Das Leckchen! Das Leckchen! Das Leckchen! Sehr gute Richtung! Sehr gute Richtung! Wie ich sie alle abgelenkt hab! Guck's dir nochmal genau an, wie ich sie alle abgelenkt hab! Da, zack, zack! Alle verwehrt! Alle verwehrt! Schönes Ding! Nicht groß! Aber schön! Aber schön! Aber schön! Und sehr kommunikativ! Ja! Was der alles sagt! Guck, jetzt zeigt er, dass er dich lieb hat! Guck mal, wie er guckt, aber guck, wie er guckt grad! Ja! Nein! Boah! Ich hatte nicht damit gerechnet, dass sie so schlecht sind! Ja! Kommt was durch! Oh, nochmal stubsen! Ah! 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 Mit hängen und würgen, ey! Ah! Ah! Mit hängen und jürgen! Da hat er mich da rumgefallen, wenn's am Ball! Guck! Das Gehenge von Jürgen! Unter der Bettdecke! Und klein! Ach Gott, das ist auch schon über zwei Jahre her! Probier uns das nochmal! Ah! Tua! Ah! Tua! Ah! Die können echt gar nichts! Rumble in the jungle, rumble in dem dschungelvolle Trennen Packen Ja, schön Hat er mir vom Fuss gezupft? Ja, gut gefahren, Arsmar Na komm Ja? Sorry Ich bin dabei! Was fand das? Ich war da, ich war dabei, ich war dabei! Ich war in der Endcam! Faszinierend dadurch, dass das Rumble ja jetzt auch quasi in der Liga ist und die alle noch unranked sind, genauso wie wir. Wir fangen ja bei Null an quasi. Stimmt! Das ist natürlich total süß. Oh, der Typ, der mich gepuzelt hat, den hab ich geküsst. Nein, Arscher! Was ist denn hier los? Ja, ich will mitpimmeln, ich will mitpimmeln! Jetzt hättest du mitgemacht. Ja, der hatte plötzlich mehr schon als ich dachte, du hattest jetzt nicht mitgerechnet hier. Hättest du, warum sind wir denn jetzt verblieben? Oh! Nein, das gibt's nicht! So knapp! Wenn er von selber will? Nein! Oh! 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 Atme! Ah! Ach Gott! Mein Auto hat sich wieder nicht richtig gedreht! Das war's! Das war's! Das war's! Ich hab doch Spikes! Der wär doch schon längst drin! Das war's! Ich mach halt Spikes! Ja, da ist er drinnen! Das war's! Ja, lass mal die Sekunden! Ich mach's doch noch! Guck mal, da wollte ich ihn nur gerade mal hier um den Gegend, der hat nämlich auch Spikes gehabt! Hast das gesehen? Da hab ich dir perfekt hingelegt! Ich hab's doch mal gefeiert! 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 Ja, macht ja nichts! Machen wir halt 7 draus, ne? Ja! Sorry! Du mal lang machte! Hält ihn zu klein! Hätt ich trotzdem nicht groß! Ja! Nein! Oh! Der kriegt dann aber kein Safer dafür! Naja! Super Safer! Ja! Schatz! Ich warte ob... Er macht nicht einfach ein Tor! Es war alle Top-Up-Meldungen mit dem Skiff! Rückwärts mit Vorlage, Trickshot, Hand und an der Wand vorbeigevolli! Außerdem hat er selbst vorher noch zwei Glanz-Verteidigungen gemacht, weil sie nur zweifach gewesen wären! Ja, ich hatte noch... Der Gegner hatte mir Boost gegeben! Ich hatte noch Schwung! Ich bin einfach durchgezogen! Oh, fuck! Oh! Oh, Artmar! Das ist doch kein bisschen! Oh! Schade! Genau bei den Spiegeladner! Was siehst du? Richtig! Nichts Gutes! Aber er Kleines! Ja! Dann zieh die Hose wieder an! Das will doch dein Spiegel nicht sehen! Ja! Doppel-Held-Perser dachte ich mir! Ich zieh mal ein bisschen mit! Oh, wir haben hier schon die Acht! Ja! Ja! Ach! Das geht aber auch Schlag und Schlag hier durch! Ich komm noch gar nicht mehr hin! Oh! Hey! Hey! Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet! Ha! Ernsthaft! Dass ihr den Anschluss durchlasst! Damit hat ich jetzt nicht gerechnet! Ach! Dann ist er dran vorbeigesprungen! Ja! Ein Schenkelbeut! Mach' wir noch ein Reise! Nooo! Verdamm'n Bonn! Das ist sie! Das ist sie! Das ist sie! Boah! Die sind ja richtig schlecht! Also die können ja nicht nur das Rumble nicht! Die können ja überhaupt nichts! Boah! Das war nicht! Boah! So, 11 Sekunden für die Zehn. Darf man nicht sagen, weil dann funktioniert es wieder nicht. Naja, außer der Atom macht da leise. In die Richtung! Nee, nee, nee. Engel! Komm! Ich bin das Ausnahmetalett. Wie schlecht ist das Team? Wie schlecht kann man eigentlich spielen? Dass ich 615 Unschritt in einem Gewährte. Die haben drei Torschüsse, zwei davon sind irgendwie reingegangen und der eine muss an die Wand gegangen sein, weil wir haben nicht eine scheiß Parade gekriegt. Nichts gemacht hinten. Die Postenbeleute. Alter!